hallo leute heute wieder mal mit mir dem dia bei die aggressiven und heute spielen wir mal slender wie man hier sieht mit fehlscam und mal gucken wie das so funktioniert f ist glaube ich immer ich kann ranzoom auch noch ja man sieht ja ein dunkler wald und ich darf ja nicht also so ein kleines test für die festgaben sein weil ja fiel cry auf vier oder so spielen weiter wahrscheinlich ja so ist ja keiner ich will mal gucken man sieht hier aber auch gar nichts wenn man die lampe aus hat ist natürlich sehr die ich war das fq hat das immer ach denke der maus hast du gut wir sind von dort gekommen die man in der richtung hat richtig was hast kann man vielleicht ausmachen am besten machen was oder dunkel lassen und dann und wir auch was sehen wo man nimmt läuft und was bist du oder sowas keine ahnung immer hier mal lang das ist ein haus ich glaube so lange dieses ich glaube so schlitt gerade mein herz ja das war der erste versuch ja ich werde jetzt mal noch eine ja ich nehme das noch mal auf noch mal was ich schneide es dann hier irgendwann hier drin ist dort gehen ich habe auch gesehen also ich weiß nicht da ist dieser baum so ganz genau weiß ich ja eh nicht wie das spiel funktioniert ich versuche das einfach nur magnificent so um 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 da haben wir diesen diesen ich habe kein gesehen eigentlich nicht flimmert ha wo bist du und Glückwunsch. Was? Es nimmt dich. Ähm. Was soll ich dazu sagen? Ich werde aber nur die zwei hier aufnehmen, weil es sonst... Nee. Ah. Hab Angst. Was? 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 Ja, ich werde einfach mal hier reingucken und 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 und. Einen Zettel finden. Leave me alone. Ich habe schon mal 8 Pages, ne? Das ist schon mal... Was? Was? Oh, was? Oh, was? Um... Ich kenne schon mal wo es rangeht Ja Okay Ja tschüss Ich hoffe es hat euch gefallen Tschüss